Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich freue mich sehr, weil das ist auch eine Premiere heute Abend, denn obwohl wir DSO-Mitglieder hier häufiger begrüßt haben, aber heute ist es eine Premiere, weil heute ist es das erste Mal hier oben und es ist heute auch das erste Mal das gerade zwei Jahre alte Blechbläderquintett, das wir heute Abend führen. Applaus Kai Mertens, beide an den Finkete, Paolo Mendes an Korn, André Spee an der Pasaune und hier haben wir jetzt an der Tuva. So, und nach unserem internationalen musikalischen Feuertanz haben wir gemeinsam noch die Gelegenheit, bei einem Glas Wein und einem äußerst passenden mexikanischen Feuertruf mit den Busolisten zu sprechen und ich freue mich sehr auf einen schönen Abend und danke Ihnen. Dankeschön. Applaus 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 Musik Auch wir, das Blechbläserquill, das Vintett des Deutschen Sinfonieorchesters möchten Sie hier ganz herzlich begrüßen in der Repräsentanz der Bertelsmann AG, heute hoffentlich bis zum Ende über den Linden. Musik 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 Applaus Ok Musik So, wie ich sehe, ist noch niemand aus den ersten Reihen hier geflüchtet. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich bin eigentlich sehr angenehm überrascht von dir, auf das zu tun. Das will ich sagen. Ich habe so viel Spaß. So, jetzt müssen wir das mal wieder sammeln, ein wenig. Also, Frau Gärtner hat eben schon über das Ensemble ein guter Punkt gehabt. Ich werde noch mal ein paar kurze Sätze zu uns sagen. Ich fange an mit einem größten Instrument, dem Spiritus Recto unseres Ensembles, der sich Stunden über Stunden über das Internet beugt und neue Literatur für uns aussucht. Johannes Lüpp, der Typist des Deutschen Universums. Übrigens, falls Ihnen mal eine Frage gestellt werden sollte, zum Beispiel in einer größten Quizshow, weil ich überlaufe, wann die Tuba gesehen wurde, dann können Sie als Mitarbeiter und Freundin der Dattels-Alle ganz entspannt zurückblicken, denn Sie können das leicht ableiten. Denn 1835 wurde nicht nur in Gütersloh der Dattelsmann Karl Dattelsens Verlag gegründet, sondern in Berlin geht vorbei. Man denkt so nicht, es hält nicht, dass den zurückhaltenden Herrn Recto neben mir das Programm Feuertanz eigentlich auf den Leid geschütten ist, aber in seiner Heimat sind feurige Tänze an der Tagesordnung. Ondra Schreier, der Junge, der müssen wir uns das Deutschen mit tun, die auch nicht das Haus bedanken. Hingegen ist die Sache bei unserem Hornisten ganz klar unser jüngstes Ensembl-Mitglied, unser Hamburger Jung, Paolo Mendez von der E-Fürste. Sie haben heute übrigens die große Ehren, eines der letzten Konzerte eines eingefleischten Jungseln zu hören. Der zukünftige Ehemann, eine treue Kollegin, der Solotronpeter des Deutschen Konieger, ist das gleiche. Mein Name ist Raphael Hänzen und der Grund, warum ich jetzt selber mich vorstelle und nicht meine Kollegen, das tun, liegt daran, dass zurzeit mein Geburtsort eigentlich immer nur falsch ausgesprochen wird. Ich komme gebürtig, glaubst du mir, auch wenn ich nicht Mitglied der Horst-Schlemmer-Partei bin, aus dem Ort mit dem Dehnungs-I-Aus-Schlevenbruch. Applaus 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 Musik 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 Musik